Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin's, lieber Udo, und wir sind zurück bei dem Elysium. Es ist Abend des dritten Tages, noch nicht Abend genug, dass wir zu dem Typen im Haus gehen, der möglicherweise etwas gesehen hat, aber Abend genug, dass hoffentlich Lieutenant Kim wieder da ist. Komm schon, Kim. Nein, noch nicht da. Wo ist der Mann? Wie lange dauert es, seine Leiche abzuliefern? Äh, ärgerlich. Na gut, ähm, was haben wir zu tun? Ich beiß es eigentlich nicht. Run the number on the victim's armor. Darauf warten wir noch, dafür brauchen wir das Auto von Kim. Locken on the balcony, erst um 21 Uhr. Murder Weapon sollen wir finden, Moral the Cryptozoologist könnten wir auf der anderen Seite finden. Na ja, nachdem Kim noch nicht da ist, machen wir mal das. Wir sind genügend in unsere Gedankenwelt eingedrungen. Wir haben jetzt auch eine neue Aufgabe. Oh, schau, diese Typen sind weg, die vorher noch da waren. Interessant. Schauen wir mal, was wir hier noch alles finden, auf dieser Seite. Oh, so ein Art. Das ist also ein Art. Was ist das? Ah, verstehe. Das ist eine Art Peer. Das war ich nicht mehr erkannt auf der anderen Seite. Oder sind wir bokeln? Wie schon gesagt, wir dürften hier einige Zeit verbracht haben gestern Nacht. Ah, nicht gestern Nacht, sondern der ersten Nacht. Ah, da ist ein Shack. Da können wir reinschauen. Zuerst schauen wir, wo wollen die Punkte hier ein. Bevor wir hier reingehen. Über the broken glass, past the shelves, and the rotten hair. Okay. Da ist noch eine Box, warte mal. Jetzt die Box. Yay, Plastikflaschen. Oh, zurück. Komm her. Was ist das? Cold City 08. Cold Breeze is enough to make the wall. Okay. Ein Bono. Zwei auf Drama. Können wir das an? Statt unserem Necktie. Statt unserem Horrific Necktie. Komm schon. You are sure that wearing this tie is a statement. You are not sure what kind of statement do. Wir können den Necktie loswerden. Ich dachte, das kann ich gar nicht ausziehen. Weil es ständig mit uns spricht. Großartig. Ah, genau das wollten wir auch versuchen. Unmine. This postcard depicts a forest of smokestacks releasing the plumes of smoke into blue cloudless stars. A pinch of green, the color of old teeth, gives it a sickly look. Written on the back is a single sentence repeated twice. I got out. No addresses. No addresses. Okay. Das könnten auch wir geschrieben haben. Wir beziehen alles auf uns auf jeden Fall. Oh, der einsame Stuhl. You see a dark red chair in the deep light of the room. Können wir uns draufsetzen. Nein. Schaut eigentlich. Wahrscheinlich brauchen wir dafür irgendetwas. Viel werde ich hier ja nicht erinnern, aber andererseits. Ich meine, wir müssen natürlich überall was finden. Ich habe nicht den Blassesten eines Schimmers, wenn Kim zurückkommt. Er hat gesagt, er ist am Abend wieder da, oder? Wo ist er denn? Dieser Kim. Wir haben ihm so viel zu erzählen. Wir haben so viel geschafft ohne ihn. Wir haben so viel zu erzählen. Wir haben so viel zu erzählen. Da hinten ist das aus, wo wir... Nein, da drinnen ist es. Wo wir das gefunden haben? Nein, schaut nicht so aus. Eine Karte wäre super, ich verirr mich hier, obwohl es eh nichts zu sehen gibt. Genau, da waren wir drinnen. Da haben wir die Dings gefunden, die... ...die Recording von dem Lied. Electrochemistry hat gemeint, wir sollten hier was trinken. Aber was weiß Electrochemistry schon? So, gehen wir wieder rauf. Und gehen wir weiter hinten rum. Schauen wir mal, es schaut nicht so aus, das könnten wir hier irgendwo raus. Aber ich meine, es geht hier natürlich noch sehr viel weiter. Oh, und da ist ein alter Mann. Oder irgendein Mann zumindest. Oh, noch jemand. The bush is at the thick and prone to pass through. Okay. Cinderblocks jarred a makeshift fire pit with magazines for lightning. Ah, das sind wahrscheinlich irgendwelche Typen, mit denen ich eine Nachtmacht habe. Im Endeffekt. Da steht da. Alle Mousen. Ne, da kann ich noch mal fliegen. Oh, ein Haufen Zeug zum Fliegen. You'll see dust covered linens. Write Philips on a bed. Okay. Oh, meine Hose. Oh, meine Hose. Was ist meine Hose? Plus one to Kingdom of Conscience Moridist pants. Tailored trousers in light brown, moderate in every aspect. Absolutely unremarkable. Also, in other words, perfect. Okay. Wenn wir den Moralist Weg nehmen, ist das wahrscheinlich eine gute Hose. So, hier ist eine Bank. Schauen wir mal, was wir bei dieser Bank machen können. Uns hinsetzen, oder? Wirklich wahr. Ah. Twiddle your thumbs. Wait 15 minutes. 15 minutes. Stare into the sky. Wait 30 minutes. Think deep thoughts. Wait one hour. Get up. Ja. Nein. Wir werden hier nicht verwählen. Speed. Uh. Nicht schlecht. Was ist das? White curtains have been drawn. I'm never looking in. Wäre jemand nicht, dass wir reinschauen. Quick travel unlocked. Fisherman's Hut. And one thing is well worn and covered in rust. Was? Was? A sawn, oder? Das wir gefunden haben. Okay. Okay. Wir haben die noch klaut. Okay. 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 Nochmal Geld. In Form von einer Information. Construction material. Whoever planned to build this house left in a hurry. Und was ist das? Uh. Take me. Ah. Das ist wahrscheinlich eines von diesen Lockern gewesen, durch die wir jetzt mehr Zeug kriegen. Ah. Das sind Kinder und die schauen nicht so aus, als wären sie so fürchterlich wie... Was is I gonna say? Eine Flasche. Okay. So. Sprechen wir mal mit den drei Typen da. Hey, das Game. Sorry. I'm not running tabs. It's bad for business. Okay. Mit ihm klächen wir? Mit ihm hier. Idiot. Doom Spiral. Okay. Offensichtlich kein Dons. A 30-something manclad in a two-piece liquor tracksuit. Puts down his pilsner. And extends his hand in greetings. Uh. Shake his hand. Wait. Tequilo? Hm. Wir haben ganz offensichtlich mit diesen Menschen schon mal gesprochen. Und haben einen großen Eindruck hinterlassen. Här. Und bloated? He? Okay. He? Es hat vierточulärs nicht mehr, was ich gerade aufdo. Hei, Hila. ribsel gib기를 auf dem W�� Official. Vos � smartphones. reality. It makes me aggressively sad. Don't know. People tell me I'm a cop. I'm getting used to that. I have re-entered reality to conquer it. I am the law. Well, nice meeting you. But I've got to go. Was sagen wir diesen Menschen? Doesn't it a sad cop wieder mal? Reality it makes me aggressively sad. This is good. He looks at his buddies with mock appreciation. Oh, er ist genauso ein Loser wie ich. Danke, Suggestion. Weißt du, es war so gut bis zum letzten Worten. Danke, Conceptualization. What do you guys do around here? What is it? Tequila Sunset? You keep saying it. Be seeing you. Nein. Wir sind ein Tequila Sunset, natürlich. Indem ihr nichts macht und damit nichts falsch machen könnt. Okay. Don't call Abigail heißt der gute Mann. Ah. Oh, desillusioniert. Wisst ihr? Irgendwie das Spiel bringt mich runter. Okay. What is Tequila Sunset? Can you explain it? How do you know this? schaue ich so aus, als könnte ich mich an irgendetwas erinnern? No. Das könnte jetzt sehr betrunken werden. For some reason, the name Tequila fills me with foreboding. Maybe I shouldn't learn what it means. Oh, nein. Nein, nicht noch eine story. Okay, go ahead. Vielleicht sollte ich auch was dringen. Oh, ich wusste es. Wait, did we meet on Friday? Okay, er weiß mehr von dem, was ich getan habe in den letzten Tagen. Wir haben das Ganze gestartet am Sonntag. Das bedeutet, Freitag bin ich gekommen, das heißt, es waren zwei Tage durchgehender Alkoholkonsum. Okay. Damit kann ich leben. Die könnten wissen, wo meine Knarre ist. Tak, elektrochemistie. Weiß es nicht besser. What, like, what, like you've never threatened to paint the wall with your brains in front of some strangers? What, like, you've never threatened, please continue. Oh, ja. Wahrscheinlich. Ein wenig, ja. Okay. Nein. Und dann sind wir drüber gesprungen. Natürlich nicht. Oh, come on. Oh, God, what's happened, Neck? Say nothing. It's more dignified that way. Every word I said was true. Tequila sunset will break the looms of reality. Okay. Wir sind die Größten. Wir sind die Größten. Okay. Ja. Ja. Mm-hmm. Wait, so is Tequila Sunset an event or a name? Tequila Sunset, huh? Sounds pretty good. That's not my name. I'm Raphael Ambrosius Gusto. That's what you should call me. My real name is Harry. Ja, natürlich. What long did we party for? Okay, nicht gut. Das ist nicht gut. Now, that's a story. Are you sure it's happened like that? Ich weiß nicht, ob ich den entrauen kann. Die schauen noch betrunkener. Did I tell you anything specific about this person that fucked me? Was? Du hast gesagt, ich soll mit denen reden, Inland Empire. Hör auf, mich zu beleistigen. Könnten wir bitte aufhören, mich zu schädigen? Okay. Hey, bist du der Vater von Kuno? Rosemary heißt der im Übrigen. Hm, möglicherweise, ja. Did I mention losing anything else? Okay. Wie ist das mit der GAN? Hm, stimmt. Did I say anything about my colleagues? Did I say anything about the case? Did we talk about, um, politics? Do you get a read on what kind of cop I was? I don't need to hear anymore. Okay. Cramping your style, heißt das imitieren oder kaputt machen? Hm, danke, Empathy. Okay. Did I say anything about the case? Ich weiß, ob ihr Pädek, weil sie mir Kim auf die Pädek gerückt haben. In unserem Fall viel Alkohol. Did you get a read on what kind of cop I was? Ich glaube, es waren nicht so viele. Ich glaube, es war nicht so viele. Ich glaube, es war nicht so viele. Ich bin mir überrascht bei ihr Storytelling ability. Wanna tell me about one sometime? Another one sometime. Yes, wanna tell me how you became Idiot Doom Spiral? No, actually, I've heard enough stories for a lifetime. And they suck. Puh, ich lieb die so nicht. Ich habe viel Alkohol. Könnte das sein? You want booze, don't you? Okay. 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 Okay, wir geben ihm das Bier, weil den Kompotor red, lernen wir vielleicht hinten noch hinterm Haus. Nein, Rosemary, er soll was erzählen. Edeot Doom Spiral. Okay. ok klingt erfolgsversprechend okay das verstehe ich jetzt nicht okay wait how many people did you have working for you okay did the jogging help yeah klingt gut okay what happened okay this is the soul is the soul canal he shakes the bottle and makes a ringing sound okay klingt nicht gut how wet are we talking exactly okay ouch ouch und it landed on my feet i've got feline reflexes say nothing bis jetzt geht es noch nicht so schlimm okay okay you've got to be shitting me okay so what happened next okay okay so what happened next okay 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 mm-hmm stimmt das klingt unwahrscheinlich aber bitte okay 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 i'm almost homeless myself doesn't seem so bad yeah das tun wir auch why do you keep losing all your stuff okay 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 Wait, you're asking a police officer to help find a jacket you stole and then lost? Ja, hat mich ganz unrecht. Okay, sure. Wait, you lost it. Okay, that's a lot of places. Klar, machen wir. What was the name of your agency? Hm. Oh, God. Let's shut down, it's like skimals. Okay. Danke, Logic. Mixing oil painting and breasts to make ads isn't high art, it's just cynical vankery. Okay. Maybe, but it's still tired. Yeah, actually, you're right. Not the market sorted out. No need for me to regulate this stuff. Okay, he sieht echt schon lange aus und wir hören uns den Typ noch immer an. What's up with the tracksuit? Nein. Ja, touch it. Okay. 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 Danke, Interfacing. Okay, ich glaube, ich nehme einen Moralboost einfach deshalb, weil ich möchte nicht Moral sterben. Danke, Interfacing. Danke. Wieso sagst du mir das nicht, bevor ich es angreife? Okay. 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 Oh. What about the other drunks? sind sie das okay na gut nein wir werden es nicht machen i want to hear the story of your name again nein wollen wir nicht have you got any more stories nein wollen wir nicht hören in you okay tja das war's wir haben einen neuen Auftrag und wir haben eine Flasche verloren eine Flasche Alkohol na gut meine Lieben wir hören auf für heute find idiot doom spiral circuit somewhere around the boardwalk maybe at the abandoned fish market okay na dann meine Freunde bis später ciao